Hi Leute, willkommen zurück in einer neuen Folge. Heute werde ich euch was ankündigen, weil in den Ferien werde ich nicht viel Zeit haben, was aufzunehmen. Ich werde am Samstag ein Video bringen, am Sonntag. Und nächste Woche Donnerstag vielleicht. Vielleicht werde ich zwischendurch noch einen Vlog machen, aber kommt drauf an meine Laune. Okay Leute, das war eine kleine Ankündigung. Ich finde euch schöne Ferien. Und kommt gut. Ja, rein in den Ferien und so weiter. Ich habe zwar gerade ein bisschen Stress, was Kanäle angeht. Weil auf meinen Gaming-Kanal kann ich wenig schalten, weil ich bin gerade in einem anderen Projekt vorhanden, was Gaming ist. Nämlich in dem Zusammenhang mit Colin Sibogut oder Silas. Deswegen kommt auf Jnjokovicco AirCode Kanal, werde ich nach den Ferien versuchen mehr zu bringen. Und Let, Google Earth natürlich auch und J-News. Also, das werde ich auch noch umbenennen, aber dauert noch. Leute, das war eine kleine Ankündigung. Dann sehen wir uns morgen. Und dann tschüss, Leute.